Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 5 coole Tipps für die heißen Tage. Für die letzte Juniwoche wird eine Hitzewelle in Deutschland erwartet. Saharaluft soll die Temperaturen teils weit über 30 Grad klettern lassen. 5 Tipps, um gut durch die heißen Tage zu kommen. Menschen, Tiere und Pflanzen, Temperaturen über 30 Grad, erfordern Durchhaltevermögen von allen. Mit ein paar Tricks lassen sich die sehr heißen Tage jedoch gut und unbeschadet überstehen. Fakt Nummer 1. Arbeit bei Hitze. Berufstätige sollten auf leichte Kost setzen. Statt schwerverdaulicher Pommes ist ein Salat die bessere Wahl, um den Körper nicht zusätzlich zu belasten, erklärt Annette Wahl-Wachendorf vom Verband der Werks- und Betriebsärzte. Wo keine Klimaanlage den Arbeitsplatz kühlt, hilft ein Ventilator. Für einen längeren Einsatz sollte aber der Geräuschpegel von weniger als 45 Dezibel zu achten sein, rät der TÜV Süd. Ein Standventilator ist eine flexible Variante für den ganzen Raum. Seine Zugluft kann aber stören. Ein kleiner Tischventilator ist ideal für den Schreibtisch. Ein Deckenventilator nimmt wiederum Platz und energiesparende Aspekte ein. Fakt Nummer 2. Kühles Zuhause. An heißen Sommertagen sollte morgens nicht zu kurz gelüftet werden. Denn Wände, Möbel und andere Gegenstände speichern Wärme, wie die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erläutert. Können Sie während des Lüftens in den frischen Morgenstunden nicht auskühlen, geben Sie im Verlauf des Tages Ihre Wärme an den Raum ab, der sich ohnehin schon aufheizt. Daher gilt der Rat, nicht nur so früh wie möglich das Fenster zu öffnen, sondern auch ausgiebig zu lüften. Tagsüber sollten die Fenster dagegen geschlossen bleiben. Daneben hilft es, die Scheiben zu verdunkeln. Fakt Nummer 3. Cool bleiben am Steuer. Autofahrer drehen die Klimaanlage besser nicht zu stark auf. Grundsätzlich sollte sich die Temperatur innen um nicht mehr als etwa 6 Grad von der Außentemperatur unterscheiden. Als Wohlfühltemperatur nennt der ADAC eine Spanne von ca. 22 bis 25 Grad. Fakt Nummer 4. Abkühlen am Wasser. Beim Baden sollte man es langsam angehen lassen, rät die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG. Wer nach einem Sonnenbad ins Wasser steigt, sollte dies langsam tun oder erst duschen. Auch wenn man dafür vielleicht belächelt wird, sagte DLRG-Pressesprecher Achim Wiese. Springt man überhitzt ins Wasser, sei das schlecht für den Kreislauf. Eltern sollten ihre Kinder zudem nie allein ins Wasser lassen, rät Andreas Patz, Bundesleiter der DRK Wasserwacht. Es sei keine gute Idee, wenn Eltern ein Nickerchen machen und sich denken, mein Kind hat doch das Seepferdchen. Ob Pool, Weiher oder Meer, immer dabei bleiben, rät Patz. Nichtschwimmer dürfen außerdem nur bis zum Knie ins Wasser. Andernfalls können sie zum Beispiel eine Strömung am Meer leicht von den Beinen holen. Das Gefährliche in dem Fall, der Nichtschwimmer reißt vor Schreck den Mund auf, Wasser schnappt hinein und er kann nicht einmal mehr rufen. Fakt Nummer 5. Gießen im Garten. Bei Sommerhitze sollte man die Pflanzen nicht mittags oder nachmittags gießen oder auch am frühen Abend sind Luft und Boden dafür noch zu warm. Das Bundesinformationszentrum der Landwirtschaft rät dazu, die Pflanzen entweder am frühen Morgen oder am späten Abend zu gießen. Der effizienteste Gießzeitpunkt wäre um 4 Uhr nachts. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ich hoffe, euch haben die Tipps gefallen und sie bringen euch gut durch die nächste Woche, die super warm wird. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Und schreibt es in die Kommentare, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, die ich noch nicht wusste oder die ihr die anderen wissen lassen wollt. Und ansonsten sage ich wirklich jetzt bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.